hi leute ich begrüße euch hier auf weibers meerwasser zu einem neuen teil in der reefer tagebuch serie heute mit dem teil 30 es ist seit dem letzten mal einiges passiert was es genau ist erfahrt ihr gleich nach dem kurzen intro bis gleich ja leute danke fürs dranbleiben und wir gehen dann direkt auch schon als eingemachte ihr seht es sieht eigentlich soweit ganz gut aus aber wieder mal ein aber es ist jede menge arbeit im moment ich habe hier nachdem mir beim letzten mal der phosphatwert so ein kleines bisschen in den keller gegangen ist wieder angefangen zu dosieren und habe natürlich schon wieder zu viel dosiert weil ich der meinung bin dass das immer dass das schon ein vollbesetzt becken ist scheint wohl nicht so zu sein zumindest nicht nach maßgabe ja der auf dem auf den rechner zutrifft fakt ist dieses becken macht momentan ein kleines bisschen was es will und verhält sich nicht so wie es soll wenn es jetzt tatsächlich sich so verhalten würde wie sich ein eporif becken eigentlich verhalten sollte nämlich ganz laut nach nährstoffen schreien dann wäre ich ja zufrieden aber das tut es nicht ich habe hier momentan einen phosphat gehalt drin so zwischen 0,06 bis 0,07 der pendelt so ein kleines bisschen ich bin momentan auch muss ich mal eben hier aufmachen und lichtern machen ihr seht da hinten ist der naja stock der ist schon wieder schön brav gefüllt mit den phosphatabsorber hier vorne habe ich jetzt den zweiten wirbelbettfilter mit kohle wieder aktiviert weil es nötig war hier seht ihr mal so ein paar kleine bilder was passieren kann wenn keine kohle in einem becken ist wo dann mehrere anemonen drin sind oder verschiedene unterschiedliche arten einige arten können das nicht ab die leiden am anfang besonders stark das ist hier bei den dreien da oben die einfache hysterics ist mir eingegangen und alles andere was etwas schwerer ist also sprich meine ganzen akroporen stehen wieder eins ja also kohle ist wieder drin phosphatabsorber ist wieder drin ich bin momentan mit dem durchfluss vom von dem wirbelbettfilter so ein kleines bisschen arbeiten und bin da drüber mein phosphatwert am regulieren ich füttere momentan ungewaschenes futter um ich sage mal den wert den ich eigentlich haben wollte hier einzustellen beziehungsweise dann auch halten zu können das ist ja der plan also sprich mit der richtigen einstellung aber am wirbelbettfilter und mit der richtigen menge an futter sollte dann hier der entsprechende phosphatwert gehalten werden unter der voraussetzung natürlich dass das nicht wieder sagt so jetzt machen wir mal wieder einen auf epurif ja leute alles in allem ist das jetzt hier aber auch unter anderem meckern auf hohem niveau wir haben immer noch ein frisches becken hier das jetzt in der sechsten oder siebten woche circa muss ich müsste ich schreibe ich unten drunter immer noch sich am aufbauen ist und um das ganze ist hier noch ein bisschen in schwung zu halten also eigentlich benutze ich ja nicht eigentlich benutze ja das hat die essentials plus was jetzt demnächst auf den markt kommen wird fragt mich nicht genau wann ich weiß es nicht diese arbeiten dran aber es wird mit hochdruck kann gearbeitet dass es rauskommt und da ist eigentlich vorgesehen keinen wasserwechsel zu machen habe ich bisher auch so gemacht und habe es auch direkt von hat die auf die finger gekriegt weil ich das drüben nämlich auch verschwitzt habe frische becken brauchen hier und da dann auch noch mal einen wasserwechsel und der tut den korallen auch dementsprechend sehr sehr gut habe ich letzte woche gemacht da sind dann mal charmante 100 liter gewechselt worden und kurz danach ist dann auch alles schon etwas besser geworden also von der optik her beziehungsweise die korallen haben mehr aufgemacht gerade die lps waren definitiv besser wenn man hier vorne die fingerkoralle anguckt oder hier unten die fingerkoralle die plussen sich momentan extrem auf die wunderkoralle ist momentan ein kleines bisschen beleidigt habe gerade eben gefüttert da macht ihr dann immer etwas zu aber alles andere wie ihr seht steht sehr sehr gut ja das nächste was wir haben blende ich euch auch noch mal kurz ein hier hinten in der ecke die anemone drüben aus dem projektbecken ist rüber gewandert ließ sich ohne probleme dahin setzen mit dem topf es ist nicht allzu viel strömung da die clownies sind auch da drin und soweit alles was ich dann aber dann doch als wehrmutstropfen habe und wo ich dann auch erstmal gedacht hat okay er ist da aber wird schon nichts passieren ich habe einen räuber hier im becken und zwar einen leoparden strudelwurm blende ich euch mal kurz ein bild aus dem meerwasserlexikon ein dieser räuber ist ja pauschal gesagt ja es ist ein räuber er ist derjenige der momentan hier in meinem becken sein unwesen treibt und zwar einerseits bei den garnelen und andererseits bei den frisch eingesetzten fischen ich hatte von den fahnenbachschen hier insgesamt noch vier stück nachgesetzt die sind alle miteinander verschwunden inklusive der große der ausgewachsene die alle wunderbar ohne probleme gefressen haben die haben keine krankheitsanzeichen gehabt oder sonst irgendwas der große clowny hinten ist auch nicht verschwunden das war relativ kurios habe ich leider auch kein bild von gemacht der lag eines morgens neben der anemone im topf zusammen mit dem großen fahnenbarsch und ja waren beide tot leicht angeknabbert und beide tot in diesem topf drin war schon recht kurios keine ahnung ich rechne das jetzt mal ganz pauschal dem dem strudelwurm zu weil das ist ein räuberisches tier ich habe zwar noch nicht mitgekriegt dass die auf fische losgehen aber es ist nichts anderes hier im becken drin was darüber herfallen könnte sicherheitshalber habe ich auch eine icp gemacht die kann ich euch jetzt auch mal eben kurz mit einblenden ich mache mal direkt eine bildschirmaufnahme mit damit ihr das seht und ihr seht selber wir haben 90 prozent das ist also recht gut das war waren die wasserwerte vor dem wasserwechsel also nach dem wasserwechsel dürften sie sogar noch besser sein und das was halt fehlt sind die üblichen verdächtigen es ist bohr es ist florid wir haben etwas jod zu wenig wir haben etwas barium zu viel wo das herkommt weiß ich nicht genau ist aber nicht weiter schlimm mangan ist zu wenig wir haben geringfügig zu viel nitrat gemessen sind 50 aber so hoch zeigt mein test nicht an also ist da wahrscheinlich irgendwas bei der messung nicht ganz hundertprozentig gewesen und an schadstoffen haben wir gar nichts drin also das was da jetzt fehlt das hatte ich jetzt letztens bevor ich auf essentials und beziehungsweise auf dieses absolute ocean umgestiegen bin hatte ich das auch als fehl drin habe ich als einzel sachen da vorne stehen kann ich nachdosieren also kein problem also daran lag es nicht es sind keine giftstoffe im wasser so dass die fische eingehen würden ja es sind komischerweise nur die tiere die ich nachgesetzt habe ja alles was nachgesetzt wurde an an fisch ist bis auf er hier ist hops gegangen das ist noch ein alter arntier der sich jetzt umfärbt zum männchen und ja das alte das alte männchen ist weg da hinten ist nur noch ein clown die anemone hat sich übrigens auch schon wieder geteilt ist ein sehr teilungsfreudiges tier ja und alle anderen tiere wie ihr seht stehen sind da und gehen ihrem job nach nämlich schön brav hier das riff abpicken und das passt soweit ja was dann jetzt auch noch leicht geändert wurde ich hatte hier eine ja sagen wir es mal so bescheidene akustik die ist zustande gekommen durch nicht ja durch nicht richtige installation der ocean motion beziehungsweise ich habe sie zu weit schwenken lassen teilweise dass die linke und die rechte gleichzeitig auf diesen schacht hinten gedrückt haben und da diese pumpen extrem viel wasser drücken 16.000 liter pro wird natürlich auch viel wasser dann in den schacht rein gedrückt und somit dann mehr aus dem mit über den notüberlauf gezogen und dann fängt es an zu gluckern das war jetzt mein problem deshalb habe ich zum beispiel hier hinten eine nach hinten gesetzt entschuldigung eine nach hinten gesetzt die jetzt nur noch so schräg am schacht dran vorbei geht also nicht direkt auf den schacht selber und bis hier vorne ungefähr schwenkt die andere geht hier an die scheibe und geht so ein kleines bisschen auf das riff selber drauf und und damit hinten die ecke nicht tot bleibt habe ich den ausströmer den ich nach unten gestellt hatte jetzt wieder nach hinten gestellt so dass meine montipore nach hinten versorgt werden und die restlichen die da noch stehen hat im endeffekt jetzt das gebracht was ich wollte das becken ist wieder leise das einzige was man momentan hören kann ist der abschäumer da warte ich jetzt noch auf ein neues gerät was demnächst kommen soll wird aber noch nicht verraten von wem und was und der soll dann dementsprechend noch leiser sein also der ist ja ja er tut seinen job aber alles in allem ist er auch für diese becken hier unterdimensioniert es wird zeit für 9 und es wird ein neuer kommen ja was soll ich noch sonst noch berichten ihr seht wir haben hier so ein kleines bisschen einen belag auf dem boden der war jetzt vorgestern war der noch ein bisschen stärker es sind leichte ciano ansätze ich gehe grundsätzlich hin ich saug die hier nicht ab sondern ich puste die mit unter ich habe da hinten so eine ja so ein blasebalg eine kleine handpumpe hier so eine futterpipette in übergroß und mit der gehe ich hin blende ich euch auch gleich mal ein wie ich das mache und arbeite mir hier den boden durch so das sind bakterien die mit in den boden wieder rein gehen und dann dementsprechend da unten ja ich sag mal verarbeitet werden es ist hier tatsächlich so dass es jetzt keine überhand mehr nimmt im moment das kann sich aber von tag zu tag ändern das ist mal so und mal so aber ich habe es tatsächlich nur auf dem boden und nicht im riff im riff seht ihr sind hier und da so ein paar kleine bläschen da kümmern sich aber gerade meine fische drum das ist sind aber keine wirklichen ja mega cianos die man jetzt extrem fürchten müsste kann man einmal kurz drüber pusten dann ist das thema auch gegessen also man muss es nicht unbedingt abblasen weil es ist ja nicht nicht absaugen weil es ist im system drin also ich habe es grundsätzlich auch nie wirklich abgesaugt sondern habe es immer im system belassen das regelt sich wenn alles soweit vernünftig läuft irgendwann von alleine und so muss es dann auch sein die cianos müssen von alleine weg gehen man kann natürlich auch mit entsprechenden hilfsstoffen ran gehen will ich hier aber nicht ich will hier eine biologie aufbauen und ich habe jetzt hier blende ich euch auch noch mal kurz ein sieht man nicht ist hinten geradeaus durch habe ich mir noch ein ocenisator zugelegt von der firma sander und habe den auf minimum mit laufen immer so ein kleines bisschen und seitdem das ist im zusammenhang mit der kohle wieder ist das wasser verdammt klar und gehen auch so ein kleines bisschen die cianos zurück also es wird hier und da ein bisschen eingegriffen aber nicht allzu groß ja was haben wir noch ach ja wir haben den kh keeper der da unten schön brav seine arbeit macht da piepst gerade das ist die spülmaschine und ich gehe dann hier auch noch mal kurz auf die entsprechende app und zeig euch das ganze wenn sie jetzt hier drauf installiert wäre sehr witzig da ist die refactory das ist mein momentaner h wert 7,5 und es ist tatsächlich so also die sonde die jetzt hier drin verbaut ist die alte sonde es ist immer noch die alte sonde muss tatsächlich so nach anderthalb wochen circa gereinigt werden ich hatte auch die problematik muss ich euch hier mal kurz noch mal kurz klatsch genau so macht man es nicht so macht man nämlich die scharniere kaputt so ihr seht da unten an dem wirbelbettfilter hängt ein schlauch runter den hatte ich zuerst hier vorne im beruhigungsbereich drin hängen aber ihr seht da ist relativ viel dreck rein und da kann es schon mal passieren dass der schlauch ja durch irgendwas verstopft wird durch eine ansaugung verstopft wurde und das kann ich euch auch hier noch mal kurz zeigen moment gucken ob das ganze da muss ich in die andere sache rein genau und zwar nicht nur heute sondern den sieben tagesüberblick und da war sie die spitze hier am 6 mai da kriege ich auf einmal einen wert von 8,0 und wusste nicht warum so dann habe ich noch eine zweite messung hinterher gemacht die war dann etwas geringer weil dann wird das rohr wieder gereinigt durchgespült zurückgespült und einen halben tag später war das ganze dann wieder da wo es hingehörte danach habe ich das ganze geändert und ihr seht seitdem geht es einigermaßen mit den schwankungen ich bin immer noch dabei das ganze einzustellen hier dass ich eine einigermaßen brauchbare glatte linie bekomme aber ist halt nicht ganz so einfach weil das becken halt auch noch nicht komplett vernünftig biologisch fährt ja alles in allem seht ihr aber es sieht relativ gut aus es ist aber trotz alledem immer noch viel arbeit ich messe jeden jeden oder jeden zweiten dach mein phosphat um zu gucken wo das ganze liegt der rest wird alle zwei bis drei tage gemessen das kalzium und nitrat und ihr seht selber es ist einiges hier unten reingekommen wir haben ja einmal die die beiden kanister ja von den essentials dann haben wir dahinter der große kanister das ist das nsw von ati also das natürliche meerwasser da geht am tag um die 250 milliliter rein und dann haben die reagenzien und den abfallcontainer also ich pumpe das wasser nicht zurück ins becken kann man machen mache ich hier aber nicht und ja das natürliche meerwasser was ich hinzufüge hier ist im endeffekt dafür da um dem dem becken noch ein kleines bisschen ja mehr bio zu geben als wir selber hinzufügen können weil im natürlichen meerwasser sind halt einige sachen drin die wir noch nicht messen können wir nicht wissen wie sie tatsächlich auf die korallen ja nicht reagieren sondern wofür es genau ist da man nicht wissen was es ist können auch nicht sagen wofür es genau ist aber ich habe festgestellt seitdem ich das hier dazu gebe es die farben kommen wieder ein kleines bisschen kräftiger raus so da ich ja hier durch den kh keeper mit einer kadenz ich glaube von 44 messungen mache ich im moment am tag einiges an wasser raus nehme und dann den das nsw wieder hinzufüge habe ich einen kleinen wasserwechsel drin und den korallen geht es eigentlich soweit recht gut alles in allem ja ist das hier trotz alledem meckern auf hohem niveau das ist mir auch schon klar aber es ist auch gleichzeitig jede menge arbeit die ich definitiv ja nicht mal eben jemandem zutrauen würde der nicht wirklich weiß was er tut oder jemand an der hand hat der stetig sagen kann pass auf es ist so es ist so es ist so weil das was jetzt hier momentan läuft also sprich diesen reset den ich gemacht habe der ist schon echt heftig damit man halt nur minimale verluste hat also sprich wenn man hier mal ein bisschen was von der koralle verliert was wegschneiden muss oder ich sage jetzt mal eine kleine hysterics das kann man verschmerzen solange wir meine großen stöcke nicht eingehen ist das soweit alles okay alles in allem seht ihr aber das becken steht relativ gut und es wird auch noch veränderungen hier geben was es genau sein wird werde ich euch auf dem laufenden halten es kommt demnächst der kh keeper plus raus und das upgrade kit ich werde beide kh keeper hier an diesem becken laufen lassen damit man dann den unterschied zwischen den beiden geräten sehen kann und das upgrade kit wird dann auch jetzt bald kommen genauere infos dazu gibt es bei refactory deutschland in der facebook gruppe da ist schon gepostet worden was im endeffekt rauskommt was es kosten soll für euch und ja das ist der stand der dinge ich würde mal sagen ich habe auch wieder lang genug gequatscht ihr seht das passt soweit und ich würde mal sagen wir sehen uns beim nächsten video und bedanke mich für eure aufmerksamkeit in diesem sinne wünsche ich einen schönen tag abend oder nacht oder wann auch immer dieses video seht bis zum nächstes mal ich zähle auf euch euer weiner